einen schönen guten morgen liebe zuschauer zum jfd live trading tv heute montag 10 40 13 juli ja wir schauen auf den dax der wieder mal in die woche gappt wie es so schön heißt das ist ja mittlerweile ja nicht nur dazu täglich sondern immer wiederum auch zum offen wochenauftakt hier im höchsten maße zu spüren einerseits downgap dann wieder abgap vorbörslich dann wieder richtige bewegungen aufgrund von twitter news und dergleichen also der markt ist zurzeit sehr sehr news technisch getrieben aber die einschätzung vom freitag dass der dax hier ja weitere ambitionen nach oben hegt hat sich tatsächlich erfüllt der angedachte pullback hier in dem bereich 11.115 punkte welche geradezu ideal gewesen wäre erfolgt in der form nicht der dax stabilisierte sich nach diesem großen auftakt gibt hier schon relativ dynamisch weiter auf hohem niveau und drang letztlich hier in diese widerstandszone ein 11.350 11.400 punkte mit den heutigen aufschlägen sozusagen sind wir hier auch sogar schon drüber hinaus sie sehen es 11.470 punkte gerade der dax also hier definitiv einige unterstützungen gibt unterstützung was sage ich widerstands level hier auf der oberseite gebrochen insofern hier grundsätzlich grünes licht aktuell das kann man schadtechnisch gar nicht anders sagen aber sie sehen ja diese trendlinie die mache ich mal ein stück weit dicker und hier ist es die kommt nämlich aus dem tagesschart und da sind wir gerade aktuell an einem sehr sehr interessanten niveau also auf stundenbasis also vielmehr auf tagesbasis wo wir gleich zukommen schauen wir jetzt mal auf die stundenbasis ganz kurz hier metatrader links der cashdags hier praktisch 24 stunden indikation und hier xedra dax wir sehen wir sind hier beim xedra dax ja einiges gelaufen bislang wenn gleich hier noch potenzial herrscht rein von der range her und da zählt das gäbe eben nicht dazu müsste hier noch ein stück weit gehen das sehen sie hier am average true range high welches hier grundsätzlich sogar preise bis über das vormonats hoch zulässt also hier haupthandelsspanne während der letzten 14 tage rund 250 punkte beim dax haupthandelsspanne aktuell nach dem upgap hier grad 75 punkte das ist nicht viel schauen wir aber auf die indikationen die ist dahingehend interessant da diese eben auch die vorbörslichen geschehnisse mit einfängt sehen wir dass wir aktuell schon 306 punkte gelaufen sind ja vom tief der asia range also hier praktisch von den gap inklusive bewegungen sozusagen und im schnitt bewegt sich der dax während der letzten 300 tage 300 tage was sag ich während der letzten 14 handelstage im schnitt über 300 punkte aktuell 308 etwa und wir sind hier am average true range high grundsätzlich angekommen das sehen wir hier also rein von dem potenzial her ist jetzt hier die luft recht dünn zumal nach upgaps in so einem maße hier eben immer die frage im raum steht wie viel geht denn da noch nach oben das muss man sich wirklich überlegen rein von der average true range her hier jetzt ein zwiespältiges bild ctradex erlaubt potenzial es kann hier noch richtung 11.635 11.670 punkte gehen andererseits hier inklusive der indikation sind wir hier schon deutlich am limit was möglich wäre aufgrund beider technischen situation ist hier ein pullback pullback an das vor tages schrägstrich vor wochen hoch vor tages vor wochen hoch das ist hier im bereich einerseits 11.400 11.350 punkte eben genau in diese zone wenn der dax da noch mal eintauchen sollte daher zurück zum tages zum stundenschart hier im sinne der klassischen analyse sollte der dax hier noch mal eintauchen dann wäre das hier unter umständen kaufmöglichkeit aber jetzt kommt das aber wir haben hier auf tagesbasis diesen großen abwärts trend kanal wir haben einerseits diesen hier etwas mit weniger spielraum behafteten der hat hier praktisch immer wieder auch die oberen candles die kerzen und hier auch den ausbruch vom juni mit drin dann haben wir hier diesen etwas ausgedehnten trend kanal und daher hebt sich der dax aktuell gerade rüber da läuft er gerade rüber das sehen sie mit dieser tages kerze und letzte woche hieß es das war usw wenn wir hier rüber gehen über die trendlinie oberhalb von 11.400 punkten und danach sieht es heute aus wenn der close so bleibt dann hat der dax hier aktuell potenzial und da müssen wir den pfeil blau färben das müssen wir einfach machen wenn der dax sich jetzt nämlich über 11.400 punkten erheben sollte per close 11.450 wenn wir so bleiben wie aktuell beziehungsweise das sogar noch weiter ausbauen nach oben dann dürfte der dax hier relativ zügig 11.690 ansteuern schrägstrich 11.875 punkte die widerstandslevel hier oben daran könnte jetzt nur eins noch helfen beziehungsweise für die bären helfen und da muss man sich eben auch hier wieder anpassen die bärische tendenz wurde hier mit den letzten tagen der äußerst starken performance hier sichtlich aufgeweicht wenn wir jetzt hier wieder eintauchen unter die 11.350 unter dieser horizontal widerstandszone diese trendlinie entsprechend auch wieder bestätigen und eben nicht ausbrechen dann stehen hier die chancen sicherlich gut dass wir hier noch mal rücksetzer sehen aber aktuell hier sehr sehr news getrieben und die eigentlich schwache tendenz die hier im raum stand bis zur mitte letzter woche und da war im prinzip die waren die erholung der jüngsten zeit eigentlich nur korrektiv anzusehen das ist bislang hinfällig also die technische situation hat sich hier im zuge der griechenland entspannung in anführungszeichen durchaus aufgehellt und wenn wir hier jetzt praktisch oder der dax vielmehr hier weiter daran anknüpfen kann dann spricht nichts dagegen dass der dax hier mit blick auf die nächsten tage weiter anzieht was sagt die saisonalität dazu kurzfristig mit zwei blick auf die 20 tage jawohl da kann es auch bis morgen sogar noch weiter hinauf gehen dann rücksetzer und dann sie wissen es ja im längeren verlauf gehen wir mal hier auf 90 tage hat der dax hier saisonal doch schon ein paar schwierigkeiten insofern hat auch hier das bärische technische verhalten eigentlich ins bild gepasst nur jetzt scheint sich der dax so ein stück weit dagegen aufbordet räumen zu wollen und da muss man mal sehen ob er das echt schafft hier während des schwachen august und insbesondere während dieses korrektur abgangs hier im sinne der saisonalität im september verlauf schrägstrich bis in dem oktober hinein sicher tatsächlich dem entgegenstellen kann es gibt sommer und auch herbstmonate auch august und september monate wo der index ganz klar outperformt hat hatten wir auch erst unlängst nicht im letzten jahr aber in den vorjahren gab es das immer wieder dass der dax auch in den sommermonaten deutlich angezogen ist nur man vergesse nicht wir haben hier immer noch die zinsanhebungsängste wobei es wird ja auch gemutmaßt dass gerade wegen der griechenlandkrise hier die usa ihre leitzinsen nun doch im 2016 erst anheben werden also das spiel geht immer weiter und wenn der markt natürlich hier aussicht auf niedrige zinsen weiter erhält bzw auf generelle stützung und liquiditätsmaßnahmen dann dürfte es hier weiter nach oben gehen und technisch ist die situation hier gerade wirklich außer rand und band insofern dass der dax hier potenzial besitzt weiter nach oben rauszuziehen und das eigentlich bärische setup was ich hier grundsätzlich immer wieder schön darstellte jetzt hier doch schon sehr sehr schwammig ist also aufgepasst wenn das hier so bleibt dann geht es weiter nach oben ganz klar wenn das heute abverkauft wird noch im weiteren tagesverlauf dann haben hier aber ganz klar die bären eine bestätigung und dürfte es in den nächsten tagen auch zurückgehen insofern machen wir mal hier eine grau grau geschichte insofern bin ich mir jetzt hier nicht hundertprozentig schlüssig wohin die reise beim dax gehen soll man muss auch immer nie eine hundertprozentige meinung haben also jetzt in der aktuellen situation sieht schon bullisch aus riecht nach ausbruch aber der tag ist noch nicht vorbei und wenn es hier einen rücksetzer gibt dann würde ich hier schlagartig wieder die bären trommel rühren wenn es hier unter 11.350 punkte 11.300 geht dann denke ich dürfte es relativ zügig weiter bergab gehen aber danach sieht es aktuell nicht aus und insofern sind wir mal gespannt was heute noch passiert ich sage erstmal danke es wird anschalten liebe zuschauer wenn sie mögen hören wir uns später wieder ganz klar hier beim chef die live trading tv ich wünsche ihnen erst noch mal einen schönen wochenauftakt bis später wenn sie mögen ihr christian kemerer und tschüss guck mal guck mal guck mal guck mal Untertitelung des ZDF, 2020